Yo Leute, willkommen zurück bei den Ninja Turtles. Ich wollte hier mal eben dieses Teil hacken. So, jetzt muss ich schauen. Ne, hier muss ich so außen rum gehen, sonst schaffen wir das nämlich leider nicht, zu diesem wunderschönen Nonshaku hier oben zu kommen. Und ja, dieses Tor war jetzt allerdings nicht so hardcore wie die anderen, die wir schon gehackt haben. Aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. So, wo landen wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier wieder in irgendeinem Raum. Und hier ist schon wieder so ein komisches Energieteil. Und hier müssen wir wieder hacken. Naja, gut. Also, heute die Folge der Hacker. Mal schauen. Ja, willst du dieses Hackding ins Laden oder willst du noch ein bisschen rumeiern? Geht doch, ich wollte schon sagen. Alles klar, jetzt müssen wir irgendwie nach der ganz oben kommen. Komm, lass mich kurz schauen. Der könnte so rum, der könnte so rum. Okay. Das heißt, der muss hier lang, wenn ich das jetzt richtig sehe. So, der musste jetzt, was haben wir gesagt? Hier rum. Und jetzt hier lang. Ja, damit hätten wir die Schaltkreise wieder verbunden. Okay, welche Räume sind das? Wo wollt ihr hin, Leute? Ich verstehe, das ist noch nicht so ganz. Also, offensichtlich nicht hier. Wieder hier raus, oder was? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht hier? Ah, hier sind auf jeden Fall ein paar Ninja-Kämpfer mal wieder aufgetaucht. So, nach dem Motto, moin, ich wollte auch mal mitspielen. Könnt ihr mich bitte mitspielen lassen? Ey, das geht doch nicht. Wieso sind die Ninjas jetzt inzwischen so heftig stark? Oh Gott, ey. Ich glaube, ich muss hier mal echt meinen neuesten Faust-Tanz gleich vor... Ey, das ist doch nicht normal. Also, mit Leonardo kann ich noch nicht so wirklich gut kämpfen, muss ich ja mal zugeben. Aber ich würde gerne einen Shell-Crusher gegen den einen machen, damit ich zumindest ein Problem weniger habe. Und zack, direkt auf den zweiten hinterher. Wenn das nicht mal krass ist, dann heiße ich Peter Polecker. Na komm. Zack, sehr gut. Wie wäre es, wenn du erstmal aufstehst und ich dich dann nochmal richtig verprügel? Das klingt doch nach einem Plan, oder nicht? Okay, klingt scheinbar nicht nach einem guten Plan für ihn. Wow, Vorsicht! Hinter mir, äh, hinter dir. Ja, klar. Ja, ich muss mal eben ne Pizza fratzen. So, okay, ein Problem weniger. Na, immerhin. Hier ist wieder der weiße Ninja. So wie der weiße Hai. Ey, das sind die Schlimmeren von denen. Glaube ich jedenfalls, oder? Waren die weißen die Schlimmeren? Ich glaube schon. Aber hier kann ich noch einen Nut-Crusher machen. Oder wie auch immer, Mann. Ne, Shell-Crusher. Nut-Crusher wäre ja, wenn ich immer in die Eier treten würde. So, sehr schön. Und ja, steh du mal auf, mein lieber Freund. Ich hab hier schließlich noch einen Kampf mit dir auszutragen. Okay, den hätten wir besiegt. Hier ist auch noch einer, oder? Yo, Michelangelo kämpft schon fleißig gegen den. Na komm. Einfach mal aufstehen und... Wie wär's? Ey. Hallo, hallo? Oh, K.O. So ein Pech aber auch. Der letzte verbliebene Ninja. Den hätten wir auch erledigt. Und jetzt geht es hier weiter. Ah, okay. Hier waren wir eben noch nicht. Stimmt, habt ihr recht. Moment, da ist noch ein Ninja. Oh, ich wollte... Eigentlich ein Tarn-K.O. machen, aber da hätte ich vielleicht nicht so rennen sollen. Und... Ey, der hat den schon besiegt. Das ging ja mal ziemlich zügig. Okay, was ist hier jetzt los? Oh, so that's where they're all coming from. Donnie, what the heck is that? I'd have to examine it to be sure, but... It looks like some kind of dimensional rift. Yeah, that's what I was thinking too. So until we shut it down, they'll just keep sending more cranes through, to fight us. That would get old after a few days. How do we shut it down? Well, there's a control panel right there by that bridge. Let's take a look and see if we can figure it out. Okay, da hinten soll irgendwo ein Control Panel sein, oder wat? Das sieht mir aber nicht aus wie ein Control Panel. Das sieht mir eher aus wie ein Fahrstuhl schon wieder, oder so eine Scheiße. Ähm, ja, okay. Was ist jetzt wieder passiert? Ich hab absolut keinen blassen Schimmer, was jetzt schon wieder grad für eine Scheiße passiert ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass hier nichts ist. Ah, warte mal. Hier kann ich rüber? Ne, doch nicht. Äh, ich dachte. Wär ja auch zu schön gewesen. Oder ist das hier das Control Panel? Nein. Ah, okay. Hier muss ich mich wieder reinhacken. Also es ist wirklich die Folge des Hackens heute hier an diesem wunderschönen Tag. Ähm, der kann hier einfach runter. Das ist jetzt nicht so unbedingt die übelste Hacker Station. Und schon sind die Schaltkreise im richtigen Wege verbunden. Ah, okay. Einfach mal Gegenspringen. Das hilft immer. Und noch einmal. Na, okay. Schade. Ich wollte eigentlich auch wieder Gegendjumpern. Na, komm. Ja, ich glaub, du musst schon deinen Stapel nutzen. Das Treten. Schade. Obwohl, wenn ich so einen Jumpkick mache, vielleicht. Ja. Ja. Wenn der Typ da nicht im Wege standen hätte, mein lieber Bruder. Oh, oh. Da kommen die ersten Gegner. Haben die grad schon meinen ersten Bruder besiegt? Das ging aber echt sehr schnell. Oh, oh. Vorsicht. I got the fever. The Bieber fever. Oh Gott. Ich muss, glaub ich, langsam schlafen gehen. Oh, oh. Meine Güte, ey. Die wollen's aber heute echt wissen. Warum kämpfen die denn immer alle gegen mich? Hier, du blöder Roboter. Ich kann dich auch mal abwehren, wenn du mir schon wieder so kommst. Und. Wow. Wie wär's, wenn wir hier mal eben, ja, gemeinsame Sache machen und den einfach mal hier runterschmeißen. Mach es gut. Okay, nur, dass er nicht runtergefallen ist. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ärgerlich. Und. Na komm. Aufstehen. Aufstehen. Obwohl, ich kann hier noch einen Shellcrasher machen. Solange der noch am Boden liegt. Dann haben wir nämlich wieder ein Problem weniger. Und das ist doch. Oh. Das ist doch auch schon mal was wert. Wollte ich gerade sagen, als sie meine Combo zerstört haben. Aber ich glaub, die waren noch gar nicht so pornös hoch. Aber Combo ist Combo und die zerstört man nicht, ja? Das ist hier der Ehrenkodex. Combo's werden nicht zerstört. Oh Mensch, heb ihn auf. Danke. Manchmal wollen die den nicht so richtig aufheben, wenn er liegt. Na gut, dann mach ich halt den. Ach nee, ich hab gar keine. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab erst überlegt, ob ich den Shellcrasher wieder mache. Aber. Konnte ich dann vergessen, weil ich überhaupt gar keine Dinges habe. Gar keine Punkte momentan dafür. So, wie viele Gegner wollen hier denn noch kommen? Frag mich, was leichteres. Oh, jetzt hab ich aber genug Punkte für den Shellcrasher. Nee, immer noch nicht. Drei brauch ich dafür. So. Na, wie geht's dir? Zack. So, jetzt haben wir die aber direkt mal eingesetzt, um den nächsten Typen hier zu verprügeln. Oh ja, schieß auf mich, ey. Ey, wie unfair ist das bitte? Na komm. Komm. Und. Ja, sehr schön. Immerhin liegen die jetzt erstmal am Boden. Und dann können wir uns erstmal um den hier kümmern, der gerade wieder aufgestanden ist. Oh Gott, wieso schießen die immer alle, ey? Ist doch kein Ego-Shooter hier. So. Aber man kann's ja mal probieren, ne? Einfach rumballern. Den Grants wird das schon ärgern. Habt ihr ja super erkannt, dass mich das ärgern wird. Aber trotzdem werde ich am Ende die Nase vorn behalten und euch alle fertig machen. Na komm. Du brauchst dich auch gar nicht hinter mir anschleichen. Alter Vater, ey. So, das ist der einzige Vorteil an dem Stab. Der macht die Gegner richtig schnell K.O. Und ja, jetzt können wir wieder gemeinsame Sache hier machen. Zack. Ein Problem weniger. Wollen wir den mal eben aufheben, obwohl... Oh, meine Kombo-Leiste ist voll. Dann hau ich mir hier mal eben den Typen kaputt. Aber nein, natürlich kommt der Nächste und meint wieder, mitten in den Kampf reinschießen zu müssen. Man schießt nicht in irgendwelche Duelle rein. Das ist unehrenhaft. Aber was erzähle ich hier diesen Leuten von Ehre? Diesen Robotern? Hallo, es sind Roboter. Als ob die irgendwelche Ehre hätten. So, seid ihr hinten noch am Kämpfen? Oder habt ihr den... Nö, den habt ihr scheinbar auch besiegt. Okay, wir sollen wieder ein paar Sachen erfüllen. Hab ich ein Level abbekommen gerade eigentlich? Ich glaub nicht, oder? Oh, doch, hab ich. Dann, äh, hab ich das doch richtig gemerkt. Oder auch nicht. So, was haben wir jetzt hier? Das Genie Donnie kann durch seine technischen Fähigkeiten unglaubliche Spezialwaffen für alle Turtles herstellen. Bringt einen Spezialwaffenverbesserungspunkt. Verwendet den Punkt in Donnies... Ah, guck mal, da kann ich mir noch so eine Extra-Punkte holen. Was wäre hier links noch? Reduziert die Schwierigkeit aller Sicherheitskonsolen um zwei Stufen. Hehe. Und wir könnten automatisch hacken sogar. Ist ja lustig. Donnies Konzentration auf Technik zahlt sich aus, denn er hat jeden Spezialgrant dann, der gearbeitet hat. Aha. Okay, keine Ahnung. Ne, ich nehme erst mal das Genie hier. Bringt einen weiteren Spezialwaffenverbesserungspunkt und einen dritten. Okay, dann machen wir das einfach mal. Und jetzt könnten wir hier nämlich auch noch... Durch Donnies Konzentration auf Waffen erhält er zusätzliche Erfahrungen durch Wurfgeschosse. Also Donnie verdient jetzt 10 extra EP für alle Wurfgeschossentreffer. Oder EP durch das Sammeln aller Zeitboni beim Hacken. Kein Bonus, wenn rückgängig benutzt wird. Okay. Ach, mit mehr als 20 Sekunden Hackzeit, Restzeit. Das ist natürlich geil. Da würde ich gerne drauf hinarbeiten, weil das schaffen wir eigentlich fast immer. Verbesserungspunkte für neue Fähigkeiten ausgeben. Ja. Ich bitte doch drum. Und dann können wir hier zurückgehen und das Spiel fortfahren. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier kamen doch eben die Gegner raus. Aber die Tür ist immer noch verschlossen. Na gut. Hier drüben vielleicht. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Steuerungskonsole scheinbar für den Aufzug, oder? Achso, muss ich gar nicht aktivieren. Einfach draufstellen und schon geht der Spaß los. Das erinnert mich so ein bisschen an die Astrodinos. Kennt ihr die Astrodinos, Leute? Da kamen auch diese Dinosaurier mit ihrem Raumschiff da von der Dingens runter. Aus dem Weltall halt. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Wie muss ich jetzt hier vorgehen? Der könnte hier hoch. Also, die werden direkt verbunden. Der wird direkt verbunden. Okay, der muss offensichtlich hier oben lang. Und dann dabei hier rumgehen. Okay. So, den kann ich... Oh Gott, wie soll ich den denn verbinden? Ha, Moment. Einmal zurück. So, der geht dann hier lang. Und seht ihr wohl, diesmal habe ich jetzt das Upgrade aktiviert. Und schon schaffe ich das natürlich nicht mehr in der Zeit. Und ich muss mich echt beeilen, dass ich es überhaupt noch schaffe. So, komm, der letzte. Und ja, fünf Sekunden hatten wir noch über. Also, das war aber echt wenig Zeit, die wir noch über hatten. Und wieso geht das jetzt hier nicht? Hä? Pizza. Okay, diese Dinger sind jetzt nicht hochgegangen. Warum auch immer. Habe ich doch erfolgreich gehackt gehabt. Hallo? Drücke Arm die... Ich habe dies doch gerade gehackt. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Na, kann doch gar nicht. Na gut, ich probiere es halt von mir aus nochmal. Also, der muss dort oben hin. Also muss der hier rum. Und zwar so. Okay. Der kann jetzt einfach hier hoch. Der kann auch hier rum. Jetzt können wir hier nochmal diese Extrazeit uns einsammeln. Jetzt wird es ein bisschen haariger. Jetzt müssen wir hier rum. Und jetzt einmal hier rum. Wir haben alle Zeitdinger eingesammelt. Und deswegen sollte das doch eigentlich genau den 500er Hacker Bonus geben. Macht das Ding kaputt. Geht doch. So, hier drüben auch noch. Zack. Einmal gegenspringen. Hier drüben auch noch. Einmal gegenspringen. Und einmal hier drüben auch noch. Ey. Darf ich erstmal bitte das Teil hier kaputt machen? So, und dann kann ich mich um dich kümmern, mein lieber Freund. So. Ich weiß, du hast Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Aber, ja, manchmal habe ich halt auch andere Sachen zu tun. Komm schon. Steh doch auf, kleiner Roboter. Sehr gut. Oh Mensch. Jetzt legt er sich da wieder hin, ey. Hat nicht irgendjemand ein paar Punkte über für einen Shell-Crusher? Offensichtlich nicht. Kommt hier wirklich nur ein Gegner jetzt eigentlich, oder was? Ist doch ein bisschen schwach. Na komm, aufstehen. Och, Mann. Wollte meiner wieder nicht ihm aufhelfen. Okay. Trotzdem besiegt. Ich hau mir noch meine Pizza rein. Meine Lebensenergie sah ja doch schon ein bisschen schlecht aus. So. Und jetzt geht es hier mit dem nächsten Fahrstuhl noch einmal eine Etage tiefer. Mal schauen, was da jetzt schon wieder so los ist. Ist das die letzte Stufe? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Sieht so aus, oder? Ja, also ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob jemand die Astrodinos noch kennt. Das ist echt total die abgespacede Serie gewesen eigentlich. Da war es dann auch so, dass die... Die sahen halt aus wie Dinosaurier, aber waren alle so, ja, ein bisschen größer als Menschen vielleicht. Konnten natürlich auch sprechen. Und dann gab es noch die bösen Astrodinos. Und, ne, war eine lustige Serie eigentlich. Alter, früher gab es echt schon lustige Sachen, wenn man mal so überlegt. Kämpfen die da hinten gerade schon wieder? Ja, egal. Ich bin erstmal am Hacken hier. Weil Kämpfen wird überbewertet. So. Jetzt kann ich gleich mal sehen, dass ich hier... Muss ich irgendwie so rumkommen. Ja. Anders geht das ja nicht. So, jetzt kommt der hier an den Start. Jetzt wird's interessant, weil der... Ja, doch, der muss hier lang. So. Jetzt ist der. Natürlich nehmen wir wieder die extra Zeit mit, so wie es sein muss, wenn man die extra Punkte auch haben will. Und wir wären hier jetzt sogar wieder in den 20er Limit geblieben. Äh, ja, moin übrigens. Schön, dass ihr euch auch zu der Party eingefunden habt. Ich freue mich wirklich nicht, euch zu sehen. Alter Vater, jetzt wurde da schon wieder eine Granate gezündet, oder was? Oh, oh. Der da hinten. Einfach mal anspringen. Das ist nämlich auch wieder einer von den besseren Robotern. Ha, ich hab ihn abgeblockt. Den Schuss. Und ich muss trotzdem aufpassen, weil hinter mir... Nein! Oh, meine schöne Kombo ist weg, du Assi. Aber ich will den hier noch schnell kaputt machen mit meinem Panzerschocker. Ah, seht ihr wohl? Panzerschock heißt dieser Angriff. Jetzt sind wir auch wieder ein bisschen klüger. Wieder was gelernt. Na komm. Oh, da kommt wieder ein besserer Roboter. Wo ist er, wo ist er? Da, zack. Wollen wir den doch erstmal angreifen. Was ist eigentlich mit meinen Brüdern? Zwei von denen, die chillen da wieder mal einfach so auf dem Fahrstuhl ab. Sowas nervt mich ja immer, ne? Wenn die da so rumstehen. So, wie wär's, wenn du mal eben einen Abgang machst? Vielen Dank. Für deine Mitarbeit. So, den haben wir auch. Hier ist aber noch einer. Und, ha, meine Punkte reichen noch nicht, um denen jetzt den Shell-Crusher näher zu bringen. Na komm, aufstehen. Aufstehen, rausgehen. Und wieder hinlegen. Ja, Prost Mahlzeit. So wie mein normaler Tagesablauf ist. Gut, jetzt haben wir den Dingens hier voll. Drei Special-Power-Attribute-Dinger. Aber jetzt kommen keine Gegner mehr, wollte ich gerade sagen. Und, zack. Der nächste Panzerschocker. Na komm. Aber den kriegen wir nicht mehr voll, kann ich euch jetzt schon sagen. So, ich könnte das aber mal eben kaputt machen. Dann hau ich den hier drüben nochmal kaputt. Und, ja, geh du mal aus dem Weg. Ich würde nämlich hier gerne... Oh. Wie ihr mir einfach manchmal alle im Wege herumsteht. Das ist unglaublich da. Unglaublich. So, und den habt ihr immer noch nicht besiegt. Also, irgendwie weiß ich auch nicht, was ihr hier macht. Ihr seid, glaube ich, manchmal nur Deko, oder? Kann das sein? Na komm, steh wieder auf. Oh Gott. Der will ihn nicht aufheben, ne? So. Okay, damit ist er aber trotzdem besiegt. Yeah! Fünf EP hat es mir gebracht. Wuhu, ist das viel. Ich bin so stolz auf mich, weil ich so eine geile Attacke gemacht habe. Aha. So, jetzt würde ich gerne nochmal hier mit dem Faschuh runterfahren. Liebe Leute, von hier sind wir gekommen, oder? Das war mein Fehler. Äh, aber hier ist doch auch keiner. Wo ist hier der nächste Fahrstuhl? Cheater. Cheater. Oder müssen wir hier? Ich weiß es nicht. Na, ne, mit dem sind wir doch gekommen. So, gehackt habe ich hier schon. Nicht, dass das jetzt schon wieder ein Fehler ist. Hätte ja auch sein können. Leute, Bewegung. Ja. Wohin denn Bewegung? Hier rüber. Ach, jetzt auf einmal kann ich hier rüber. Ey, ich glaube, es geht los. Vorhin ging das nicht. Ich sag ja Cheater. So, aber da vorne scheint es wirklich weiter zu gehen. Da hinten haben wir noch eine Pizza. Und lasst uns mal raten. Natürlich nehmen wir die Pizza mit. Warum eigentlich auch nicht? Ach ja, okay. Das ist schon auf. Und was verbirgt sich wohl hier hinter dieser Tür? Ein weiterer Fahrstuhl, der uns hoffentlich nach unten führen wegt. Noch einmal müssen wir hier den Aufzug starten. Und dann beginnt die Reise ins Ungewisse. Und unten war ja auch das Portal. Vielleicht kommt ja jetzt der Endboss durch das Portal gelatscht. Könnte gut sein. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Aber an dieser Stelle wird erstmal wieder ein Kontrollpunkt gesetzt. Und deshalb, liebe Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns dann erst morgen hier an dieser Stelle wieder. Und dann schauen wir uns mal an, was da so los ist. Also, liebe Leute, macht's gut. Bis morgen. Ciao. Oh. Because Mohawks are actually a symbol of peace.